Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs betreten. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Betritt, betrat, hat betreten. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich betrete, du betrittst, er betritt, wir betreten, ihr betretet, sie betreten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich betrat, du betratst, er betrat, wir betraten, ihr betratet, sie betraten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe betreten. Du hast betreten. Er hat betreten. Wir haben betreten. Ihr habt betreten. Sie haben betreten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich betrete. Du betrete. Du betretest. Er betrete. Er betrete. Wir betreten. Ihr betretet. Sie betreten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich betrete. Du betretest. Er betrete. Wir betreten. Ihr betretet. Sie betreten. Den Schluss macht der Imperativ. Betritt du. Betreten wir. Betretet ihr. Betreten sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb betreten. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Wenn Sie jetzt go shampoo, Untertitelung des ZDF, 2020